und weiter hier mit offener balkontur jetzt hinter mir vielleicht hat man vogelgeräusche vogelgeräusche ja die kann man auch hören aber vogelgeräusche hauptsächlich vogelgeräusche bitte nur achten nicht die vogelgeräusche ich hatte mal ein schwules bärchen neben mir lebens und zwischendurch wenn ich in der nacht aufs klo ging hörte ich vogelgeräusche und dann wundert man sich warum man den mann auf einmal stöhnen hört und ja das weckt dann auf wo bin ich jetzt da höre ich lieber vogelgeräusche und davon welche vögel natürlich die tauben sind auch anstrengend wenn man die sich anhören muss drecksbiester einfach nur laut sind sitzen dann für eine stunde am balkon und dann durchgehend bis man sie verscheucht sonst machen die nicht mit der aussicht mit rei genießen da kannst du nicht stehen rei auf er macht sich wieder zum vollkoffer ah er schafft es noch bitte gute arbeit gute arbeit und dann höre ich hier aus der radio starke helix dran mit dem jackpot hey da ist ein loop dringes ein basketball koop glaubt hier sind loops oder ein rocket league spielmodus schaust verlockend aus turm der schaut noch verlockend aus nein nein beim runter und dann vielleicht ganz miese gegend gar nicht zu schlimm hier in aussicht auf das klo er hofft mir die ganze zeit in die fresse vor den attention hoher das ist wieder ganz ruhig hier ok das wäre der andere weg gewesen ich hoffe dass ich irgendwann mal die elixatoren rüstungen finde aber wie schon gesagt die sind ja im altbereich oben das ist sicher nicht leicht zu bekommen die häuser da hing noch etwas dran das ist das erste die erste vierhausmission zettel die wir bekommen haben ok ich glaube ich weiss sogar wo das ist ich weiß sogar wo das ist ja verdammte Mottehau hier irgendwo mitten im wasser aber am strand neben da und das muss ich mir dann auch noch anschauen das könnte ah das wird scheiße ah jetzt hab ich mir schon eingebrockt was wertvolles drinnen ist da was wertvolles oben ist da hat nichts aus da raus yes mal schauen Lagerfeuer also wenn ich in der Apokalypse wäre das wäre sicher ein cooler Platz zum verweilen ich glaube da war eine Waffe an der ich vorbeigerannt bin grad zuerst mal eine Runde pennen oh ich habe da ein ganz mieses Gefühl hast du auch mal gute Gefühle weine weine das war nur eine Axt und eine Spitzhacke und eine Spitzhacke und eine Spitzhacke was haben wir hier sonst noch da wird doch eine legendäre Waffe irgendwo sein hopp auf hier dann verbrauchte Verbands Tasche liegt hier kommst du Ray sehr schön gute Arbeit ok das sollte nicht so schwierig sein oder nicht verschreien nicht verschreien nicht verschreien wenn die Viecher nicht wären eigentlich ganz nett hier sehr elegant und die Balance hat er da auch noch oben schaut euch das an der Denzel sogar noch ein bisschen mit da wird doch gar nichts oben sein oder da darf ich aufbettern bitte kill mich nicht wir bitte gib mir irgendwas verdammt 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 Ray verdammt ich werde einem das umsonst draufhupfen verdammt 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 oh verdammt da ist doch gar nichts oben oder ich seh nichts nein nein ich tu mir das nicht an ich könnte nicht mal ich könnte nicht mal da war Schrott die Spiele kenn ich schon ok ok hilft hier jetzt mal muss ich mir das richtige Zeug reinhauen das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt und Mutantenkraut niemand hat sich das ja niemand hat sich das Mutantenkraut geholt Anteveloper oder Lichtstrahl Schrotflinte ah also hier muss man nur hergehen um eine Schrotflinte zu bekommen da kommt vor allem Gift das ist immer gute Loot das ist immer gute Loot nicht lang gehen offenbar ist der tote Mutanten ok dann gehen wir unten rein da hinten ist nichts mehr oder erstmal Lebung reinschießen Lebung und Suppe was passt zur Suppe oh verdammt hab ich viel Setzer Brot Schrotflinte macht 35 und Doppelläufer habe ich schon abgecreated also no brainer der erste Wolf der erste Wolf dem Brot Magnesiumfackel brauchen wir auch noch als nächstes das steht oben auf der Liste ich müsste das mal direkt finden hier verdammt ich muss den Elevator Schaft runterhopfen glaube ich woher wo ist er denn ich höre Mutants unten wirklich kann ich da im Gräs irgendwie rumlaufen auf ne hohe Schule ich laufe im Gräs was nein ich sehe nichts oh boy da unten da unten Falz zu haben ist ganz cool ganz cool hier sollten wir nicht allzu lange bleiben da kommt schon Ray wo ist der Erkundungsfreude du hast doch das Archäologenfeeling das Uncharted Flair und der Uncharted Flair na Ray hat eh was so von Nathan Drake würde ich sagen mal eine Stiege hoch hoch kurz rausgeblickt aus der Welt schön hier dann brenn ich hoch dann brenn wir unten ein viel klein Loot hier aber hier kommt man sowieso nicht her wenn man schwach ist runter da war eine Aufzeichnung oder es tut mir leid Sir der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch sobald diese Phase vorbei ist wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation ach hier mal in einem Satz wird nicht noch irgendein fettes Viech unten wenn wir bekämpfen müssen ach was war das für ein Geräusch in game ich öffne den Bunker was mache ich ha ja ja das kann man so sagen hier gibt es viel klein super 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 im Spind vergessen 20 Jahre gereift diese Suppe Slow Cooking Experten das war wohl nichts was und so nein das war wohl nichts zu schnell so so und so zu einfach ach hm jetzt ist ja auch zu lügen Rüstung Verrallungspatrone habe ich auch noch nie gesehen brauchen wir alle für Nestsdismission hol Verlockung Verlockung da ich vergesse immer wie man Moni wechselte in diesem Spiel Rallungspatrone das hilft auch nichts gegen die Mutanten was was habe ich hier sonst noch verdammt viel Moni egal der der besser Konflikt ich kann mich nicht erinnern dass ich da eine Mission bekommen habe hier sollte mal jemand aufräumen was wer ist der Rade bleibt er stehen in die Ecke mit dir was das gibt keinen Sinn hat er der erst später herkommen sollen angenommen und aufgegeben urscht zu spät es wird durchgezogen hier mit meiner gründungsfreude sich eine mission gekostet hat so sei es spiel geht weiter vielleicht ich gehe runter in den kerker im bunker der ganze schrott wird mitgenommen was zum upgraden geben geht auf mich lieber ok magnesium fucker oh mein magnesium fucker ist ganz verschwunden goer ich lasse die fucker hier als rückzugsort das schon mal benehmen so viele ölfässer ich weiß es sind die fiecher hier drinnen ziemlich schwach so sieben ist gleich sieben dann ist fünf sechs vielleicht sechs vier sieben nein hier ist gleich vier 6 3 das sind für mich das passel was warum sollte irgendwas neben sieben passen fünf ist gleich fünf zwei das war nichts keine ahnung was das letzte mal war ich glaube sechs jetzt kriege ich eins eins ist größer nein 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 6 war das letzte nein war es nicht das gleich drei 7 das letzte 7 da haben wir schon so viel die zwei haben wir haben wir nicht schon alles dann 1 7 ist das letzte geht doch ok alles für den spielzeugdino ich habe mich selbst erschreckt mit dem ich gehofft bin brillant sehr gut das ding hier wird mir noch gute dienste leisten mal schauen das klingt noch eine hauptmission was ist das für meinen gleiter da bin ich verwirrt ah danke Leute die sich daraus kennen werden sich wahrscheinlich den Kopf reiben dass ich nicht einfach ein bisschen weitergegangen bin Ah, Charles Dawkins, ein Foto. Ist das alles keine legendäre Waffe? So ein Tagebuch gibt es ja. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend, ein bisschen enttäuschend ist es. Dann gehen wir noch ein bisschen draußen herkundigen. Und nun halt Falten. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Den bekämpfen wir. Was haben wir für ein schönes Sofflager? Bekämpfen, Schrotflinte. Ach, was ist schon? Alles Explosive würde ich hier brauchen. Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich Muni entere. Ahhhh. Okay. Okay. I see you baby. Ich will nicht sagen, dass das einen Effekt gehabt hat. Die sind aber auch verdammt starke Zyklopen. Ich kann nicht holen. Oh Tur iPhone dope. Wir chillen die beiden. Der nimmt ja fast keinen Schaden. Und die Ecke mit dir. Und reingequetscht, was das wird, natürlich nicht, da wird nichts oben sein, da wird nichts oben sein, nichts cooles hier mehr. Eine schöne Landschaft, es nützt niemandem was, irgendwo ist da noch ein Lager nochmal von Verlassenen oder Verstoßenen. Ah, ich erinnere mich. Oh, die haben zu feiten. Habe ich bitte nicht eine Mission noch abzugeben? Gute Arbeit, Jungs. Hallo. Ich habe mit dem Berserker Harkon geredet. Oh, gut. Welche Antwort bringst du? Keine. Ich habe ihn belogen und eure Position geheim gehalten. Aber warum? Harkon ist auf Rache aus für den Tod seiner Männer. Und ich fürchte nichts, was ich sagen könnte, würde ihn davon abbringen. Hm. Das ist sehr schade. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Weg zu finden und selbst zu schützen. Moment, ich habe euch nicht verraten. Das muss euch etwas wert sein. Du möchtest Zahlungsmittel? Nimm dies für deine Mühen, die du für uns auf dich genommen hast. Wir abtrünnigen, müssen zusammenhalten. Lass dich nicht erwischen, Commander. Sorry, Bro. Der Krieg muss endlich aufhören. Ja. Ja. Zeiten wie diesen. Fast dieser Satz ziemlich gut. Fast, der da noch immer mitten im Gang ist. Schätze, hier passen wir besser auf. Ach, nur ein Kriter. Und ein bisschen Gift anscheinend. Gibt es etwas Interessantes? Schaut nicht interessant aus, meiner Meinung. Ah, verdammt. Guck. Hm. Deine Mannentranca. Vielleicht mach mal magisches Feuer. Yep. Wir sind hier drin. Das war's. Das war's. ich hab gar nichts mehr gesehen weil ich da vorgelegen wurde was war das für ein geräusch ich hab auch irgendwie drauf gechillt verdammt das ist neu hier das sind banditen banditen das monster lager sicherheit ich habe die stimmen wieder das ist doch dabei das war's mit dem wolf ohhhh kontrol da kontrol da bitte verdammt kontrol da verdammt kontrol da das timing ach ich krieg auf die fresse ich krieg auf die fresse du das das ausgewichen verdammt gedammt blö verdammt d verdammt verdammt Ah, das Auto ziedeln. Oh, Gott sei Dank ist der Zyklop nicht gekommen. Das ist nicht gut gelaufen. Da hatte ich auf jeden Fall meine Lederhaut gebraucht. Okay, nächster Versuch. Und wo ist mein Geisterwolf? Komm schon. Ein bisschen Feuerschaden zuerst mal. Ich denke, das ist noch immer ein bisschen schwach. Nein! Das ist mein bester Combat. Ja, da stimme ich dir sogar mal zu. Sehr hart umkämpft dieser Teleporter-Platz. Da riecht es doch noch legendärer Waffe, wenn das so hart umkämpft hier ist. Nein, ich lege so le. Ein Press-Buff-Bohracket noch immer nicht. Oh! Das mochte die Kamera gerade überhaupt nicht. Ist das ein besonderer Ort oder was? Warum geht es hier so ab? Da fehlt noch was. Dann gehen wir als Sachen rausbraten. Ein Stück. Dann gehen wir als Sachen rausbraten, wenn er den Rucksack nicht nehmen wollte. Da hat er legendärer Hammer. Fresse. Okay, ich halte Fresse. Ich halte Fresse. Okay. Das ist meine... Meine Moves gerade Mo... Meine Moves sind gerade schlecht. Meine Moves sind gerade richtig schlecht gewesen. Ah ja. Die bitten den falschen Gott hier an. Natürlich ist es eine Zweikampfwaffe. Natürlich ist es eine Zweikampfwaffe. Ich finde nur legendäre Zweikampfwaffen. Anscheinend gibt es in Elex keine legendäre Einhandwaffe, wenn ich spiele. Ich glaube hier. Ah. Ja. 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 Natürlich. Auch des Todes. Der ist sogar stärker. Unglaublich. Die Constitution dafür ist 92. Krass. Ach. Alles was ich finde sind legendäre Zweihandwaffen. Ist denn das möglich? Vielleicht gibt es da drüben eine Einhandwaffe. Jetzt war ja schon zu lange, aber... Wurscht. Ich bin da. Wenn die Loot gut ist. Warte. Okay. keine zweite Höhle hier. Aber Gegner. Eigentlich wollte ich hier fertig sein. Wollen wir uns nach einem High Ground und schauen, was hier überhaupt ab ist. Was hier ab ist. Was ist hier ab, Ray. Da ist ein Typ unten, der raucht. Krass. Okay. Wir gehen noch ein bisschen dann nächste Folge hier erkunden. Ansonsten gibt es ja nichts mehr interessantes. Ah. Ich wollte ja noch rüber gehen und meinen Kartenmarkierungspunkt. Vielleicht erinnere ich mich. Vielleicht erinnere ich mich. Jetzt wird mal Suppe gegessen, die ich auskühlen habe lassen. Peace out.